So, unser kleiner Boxenstopp ist beendet. Weiter geht's. Grüne Welle. Für alle. Das ist doch gut. Was war das denn für ne Bodenwelle? Das war aber wahrscheinlich wieder mal ne Kante. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsgrenze. Links halten und dann links abbiegen. Links halten. Machen wir. Ach du, ich setz mal ein Millimeter zurück. Ich musste die Ampel sehen. Stand genau mit dem Türrahmen bei der Ampel. Mit dem Türrahmen? Ja. Okay. Weil er ziehen nimmt, bevor die hier vorne rausfahren. Ja, ja. Bin schon dabei. Rot. Ich fließt. Eine rote Welle bleibt eine Welle. Was wird er sicher über uns jetzt andenken. Warte, geht doch was vorher oder wie denn das? Jetzt so, ja, bleib geschmeidig. Wie? Er ruft mich. Kein Augen. Das will sich nicht. Aber den setzten wir noch. Pass auf! Ja. Das war schon. Kontrolle ja die nächst recht abbiegen jetzt unser neuer Besucher vorbeherrte Achtung Ampel A-Rot oder rot biege nach rechts ab die werden der wird auch denken mensch die sind so ganz genau was sollten wir mal hinschreiben wenn wir live sind den Namen du meinst die Aufnahme das sollten wir machen weiter mein Freund und gleich wieder rote Welle echt du bist links abbiegen demnächst Glück gehabt Och Gott sei Dank wie geht ein Feuer ich will auch noch durch ich bin doch schon Feuer bereit ich bin schon längst fort ist er hinter uns ja Achtung Kontrolle da überholt mich auch versucht Achtung achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung Achtung achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung Bayern Achtung berechtigt Achtung achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung miet oder heute Kind okay achtig sein Achtung achten sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung und Gut jetzt wird es cartel ich an oder mehr doch auch weil sie zwarsatz an er gibt das stock Witten in so ein Koffer, ne, schlimm. Wenn da wüsste, dass wir mal vor mir abbiegen am Kreisverkehr. Ja, aber der ist vernünftig, der rammelt wenigstens uns nicht. Weil andere, die sind dann wieder so ein bisschen... Am Kreisverkehr, erst der Ausfall. Da wird sich als ungedacht, aber ich rammle nämlich nicht rein, genau. Nimm diese Ausfall. Ja, klopfe, als Einzelspieler ist es schlecht, wenn da noch mehr LKW... Ja. Ja. Wir sind plus 50 erlaubt. Ich fahr gerade mal 44, also entspann dich. Weil der Wolbo nicht zieht. Na klar. Den ich aufs Gas drücken, den da gleich abwauen, hier. Noch noch. Ja, ich muss doch bei euch bleiben, und außerdem muss ich mich an die Geschwindigkeit teilen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir wollen ja vernünftig spielen. Richtig. Oh, aber nicht geblitzt. Ah, klicke ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Siehst du, wie der auch gleich wegzieht? Haben doch keine Chance mitzuhalten. Immer muss die Tiere dunkel sein. Die waren doch wohl die Plasterohr aufgeladen, ne? Pff. Ja, ja, ja. Oh, ich hab's richtig realistisch gemacht. Fernlicht aus, wo er kam, und wenn er weggefahren ist, hab ich das wieder reingemacht. Sehr schön. Ja, kann man nur dazulernen für die Vorschule. Ja, fliegt man halt auch mal mit zur Stille auf. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Nicht ohne. Umkippen im Graben, oder in Berlin, ja, aber durch den Luft. Na, ich hatte doch noch mal erzählt, ich mach schon eine Wahl. Das ist eine gute Geschwindigkeitsbegrenzung. Das eine, wo du im Graben nicht geflogen bist, das war also ein Ding hier. Das war im Graben, das war genau am Hafen. Nein, das war bei Waldo. Bei Waldo? Echt? Beim Abbiegen in Graben nicht gerutscht. Ja. Ja, Florian, wir haben schon einige Sachen durch hier. Ja. Ist doch nicht schlimm. Oder ist es schlimm? Ne. Gehört dazu. Ja. Wollt ihr halten oder weiter fahren? Wir fahren weiter. Wollt ihr gerade sagen, das ist nicht. Kann ja sein, ihr wollt anhalten. Das wir tanken müssen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und bleibt mir ein Mensch. Das wir doch im Alter wieder vor schwingen, oder wie? Nö, aber hier ist es 70. Ja, ich fahre auch 70. Ne, mir auch. Also Abstand halt. Ne, mir auch. 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 Wenn der Sicherheitsabstand eingehalten wird, vorn und hinten, dann ist alles gut. Das ist doch mal so, wenn doch Florian dann mal so richtig fährt, wenn es richtig leckt, dann macht das so eine Lehne, das ist sicherlich so schön. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Na, das letzte Mal war es ja nicht ganz leckfrei. Ja, je mehr Mann, kann ich ziemlich rückeln. Mein Tempo magst du nicht rein. Ne, das ist keiner hier. Das kann man dann am LKW-Ding, weil es ist ja überall die gleiche. Ja, ich weiß, äh, ist ja zäh auf der Tostatur. Achtung, es könnte man kurz checken. Weil ich habe mein, na gut, ich habe ja mein Tempo magst, ich tue nicht auf Speichern. Und dann drücke ich die Geschwindigkeit am Tempo magst, auf nur noch wie es war. Naja. Ja, ich muss es mal noch umlegen. Oh, 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 diese Bissen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hey, was war denn das jetzt? Ja, die, äh, ich muss mich... Das ist doch zu Weihnachten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kann man die nicht abschalten? Was? Äh, unsere Tante hier. Das ist so ganz sehr abschaltet. Vorsicht, Baustelle. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mensch, das ist doch nicht so schnell. Das sind doch bloß 50. Wir müssen mich abschaltet. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich wollte euch mal wieder etwas aufschließen lassen. Bahnübergang. Jetzt kommt ja wohl noch ein Zug oder was? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das war's meine Lieben. Der Walter hängt mitten im Zug hier fest. Ja, prima. Vorsicht. Warte, ich muss da wegfahren. Oh, das klingt, dass der Zug durch der Durchfahrt. Das ist der Walter. So fährt Walter. Ich hab gedacht, ich schaffe es noch. Das sind die Verrackten, du. Alter, Alter. Aber immerhin, die haben das Wort direkt, wo man sie sich sehen kann. Prima. Ja. Viel Schaden? Wiss ich noch nicht, können Sie gucken. Äh, ja. Na ja, wissen wir halt nicht. Das ist weiter live. Ja, ich geb schon wieder Gas. Scheiße. Du bist ja der erste und der letzte, dem das passiert. Siehste. Wir sind auch schon kurios und so die Dinge passiert. Das sind auch schon große YouTuber, dem Basiert, ich finde. Ja. Ja. In dem ist manchmal schlimmer, als beim Paneübergang hängt bei dem Basiert. Ja. Aber das zeigt dann so, äh, das zeigt dann typisch wieder Walter aus. Das weiter wirklich die Leitplanken liebt. Ne, was ist das? Was ist das auszeichnet? Was denn? Man sollte auch die Signalanlage... Ja, ich hab gedacht, ich schaff's noch. Aber ich hab's leider doch nicht mehr geschafft. Ich habe mich verschätzt in dieser Situation. Wenn das rote Licht angeht, soll's dann bei dem Basiert. Also wenn du dich in echt verschätzt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da höre ich auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ne, das ist richtig, das ist richtig. Ja, ich... Ich werde mich gelobyn, äh, verbessern. Best of. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann mach mal 300 Abonnenten, dann best of. Ach gut, ich schreib' gleich mal meinen, wie anders vorhin. Dauer einfach ab und da lassen. Müssen wir sowieso, müssen wir sowieso mal jetzt machen. Wohin? Na, so ne Best of, äh, wie... Jo, Motor ist aus. Ah, er ist wieder näher. Sollen wir wohl abbiegen, oder wie? Nö. Weil sonst fahr' ich gleich runter. Nein, Halter fahren. Gut. Fuck. Aber so ne Best of-Szenen, von Euro, sag' ich was. Immer geradeaus. Müssen wir sowieso mal machen. Da müsste ich ja hier die ganze Fort filmen, wenn ich immer dürfe. Ja. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das werden wir sowieso mal machen, Bené. Wiß ich wie viele Videos wir mal gucken müssen? Ach, viel Spaß, Leute. Naja, wenn wir mal so... weiß ich nicht... so drei Videos mal rausnehmen... Ich muss ja nicht nur Eurodruck sein. Richtig. Kann auch, kann man ja so ein Mischmasch machen. LS, RAF mit rein, alles so. Mal so ein richtig Mischmasch-Best-of-Video. Das stimmt auch, ja. Weil guck mal, was da unser Freund, der weiße Hai, nicht bleibt. Aha. Hat aber viel Spaß gemacht. Sieht cool aus. Wie mein Licht flackert, wo der aussieht. Ist auch noch echt fertig bestellt. Das war eben. Was ist das richtig? Vorsicht, war ein Dreieck hier. Klopst du die Gänge jetzt wieder mit einem Arm, oder? Hm? Polizei. Sorry. Ich seh den Sternenhimmel. Also kannst du dann langsam mal anhalten, Florian. Wohl. Wo soll ich denn anhalten? Ja. Ja. Ich muss mal auf der Litte. Meine Kopfhörer. Oh, ob ich das schaff. Und wenn ich wieder aus dem Graben rauskomme. Schaffste. So, bis gleich würde ich sagen. Weil der Walther, der muss mal schnell auf ein bisschen schlafen. Ich hör mal.